Moin meine Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge, The Last of Us Part 2. So, wir sind mit Dina jetzt langsam Richtung Seattle unterwegs. Maria hat uns doch unterstützt und hat uns ihr Lops gegeben, so gesehen Rache zu üben. Aber ich bin mir noch nicht sicher, wozu die Gruppe, also Abby, wo genau die zugehört und warum die vor allen Dingen Joel getötet haben. Ich hatte erst die Vermutung, dass es die Firefly sein könnte, weil Joel damals, Ellie damals mitgenommen hat. Und man kann nur spekulieren erstmal. Aber wir fahren ja hoffentlich bald noch mehr. Und ich bedanke mich jetzt schon, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich hoffe, dass es dir bis jetzt gefallen hat. So, jetzt können wir mal galoppieren, damit es ein bisschen schneller geht hier. Oh, oder Trab, wenn es halt nicht mehr geht. Man sieht den Wald vor Leute, bohme mich. Ah, jetzt kommen wir langsam. Ich habe immer, warte mal, ich habe immer Angst, dass ich irgendwas übersehe. Ich nehme mal den Weg hier. Der sah jetzt nicht so offensichtlich aus wie der andere. Da geht es, doch. Ne, doch, ne, warten jetzt. Doch. Wie schön, dass es wieder aussieht. Boah, guckt euch das an. Und ich muss sagen. Und ich wollte sagen, das alles wird auf der normalen Playstation der ersten Generation gespielt. Nicht auf der Playstation Pro. Sieht aus wie eine Haltestelle. Können wir eigentlich runter? Oh ja, können wir. Ja, siehste, ich wusste. Ja, wir müssen die angucken. Multivator. Wir müssen jetzt, wenn ich vorlaufe, ähm, kommst du hinterher, Mäuschen? Ja, sie kommt hinterher. Ja, gucken wir, ob wir die Autos hier mal durchsuchen können. Aber wie es aussieht... Nee, 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 nee. Ach komm. Damit das alles mal hier seinen Lauf nimmt. Äh, ja. Von da hinten kamen wir. Dina sagte, guck mal, Autos. Ach, guck mal, da oben. Noch mehr Autos. Echt? Ja, selbstverständlich. Hör mal. Wie man in der Westen täuschte. Ich kenn immer den Weg nach Seattle. Äh, links oder rechts? Ich würd mal sagen, wir gucken erst mal rechts. Und gucken ein bisschen, dass wir uns so ein bisschen umschauen können. Warte mal, ich will... Lass mich mal runter. Können wir hier mal, äh... In die Autos schauen? Kofferraum? Oder die Türen öffnen? Ich hätte gern ein bisschen mehr Munition und ein bisschen mehr, äh, Material, um Verbandskästen zu machen und so. Oh. Ich würd mal sagen, das war mal ein Teil von der Brücke. Heißt, auf gut Deutsch, wir können, glaub ich, nicht darüber. Kann sie denn runterspringen? Nee. Kann sie nicht. Kann sie nicht. Ich glaub, da hinten auch den Schildschuh in Seattle. Die Lieferwagen können wir auch nicht öffnen. Mann, ich mach gleich Tontorben schießen hier. Hau ab. Seattle. Da steht's auch. Oli. Die Richtung. Ha. Ah, da kommen wir rein. Weiß ja nicht. Ich nehm mal lieber die Knarre zur Hand. Hallo? Captain Tilo? Ein bisschen Alkohol. Warte. Stopp. Ja. Noch eine Karte. Die Starfire Kids. Was haben wir da? Eine Karte. Von Seattle. Perfekt. Die können wir uns ein bisschen orientieren. Wieso macht die? Mh, ist doch cool. Und in Seattle. Downtown. Ah, das ist doch gut. Die nehmen wir mit. Ansonsten war da jetzt nix, oder? Bevor ich jetzt hier was vergesse. Hör mal. Wieder gar nicht. Nee, ich würde sagen, das war's. Besser leben. Diener, ein Käffchen. Der hat bestimmt schon Schwamm angesetzt. War was Gutes da drin? Hier ist ne alte Touristenkarte. Tja, das ist doch was. Alter, da können wir mal runter. Hör. 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 Kann doch nicht sein. Mädel. So blitzt sich doch gar nicht aus. Oh, du stellst dich nur blöd an. Ah, wie schon das mit der nassen Hose auch gemacht ist. Genau an der Beine, weißt du? Ich würde mit dem Arsch nicht reinkommen, auch mit der Beine. Okay. Okay. Ich hätte gern Ziel vor dem Rohr. Jetzt sind wir aber wieder richtig abgebogen. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich lauf einfach hier durch den Busch. Wow. Ist das die Quarantänezone? Ja. Schau mal nach oben. Das scheinen Risse zu sein. Da oben, in der Mauer. Mhm. Siehst du das? Oh, da. Ich weiß nur nicht, wie wir da raufkommen. Das weiß ich auch noch nicht. Eindringlinge werden sofort getötet. Sehr freundlich. Das waren die, die... Aber zumindest sind wir hier richtig. Das waren die, die sich auch angegriffen haben. Die haben das Schild aufgestellt. Es muss also irgendwo reingehen. Ich würde mal sagen, da war mal eine MG oder sowas drauf. Ne, was? Doch, muss doch sowas in der Art drauf gewesen sein. Ah, hier kommen wir da hinten rein und schauen uns mal um. Ah, hier können wir auch rein. Gehen wir erstmal hier rein. Hello? Ah, ist schon alles ausgeräumt. Leer. Leer. Alter, wozu komme ich hier hin? Jetzt aber. Leer. Dina. Mach mich nicht zum Feind. Hä? Was ist denn da? Federer. Federal Disaster Reports Agency. Hallo? Jetzt hier auch das leer ist, ne? Leer. Nein. Leer. Oh, stopp. Was haben wir hier? Die sind aus wie Fahndungsblätter. Fehler. States of Infication. Ach, Infizierte. Ach, was? Infektionsstufe 1. Der Cordicap hat die motorischen Funktionen des Opfers übernommen. Schnell und wendig. Infizierte der Stufe 1 sind gewöhnlich in Gruppen unterwegs. Nicht überrennen lassen. Infektion 2. Nutzen die Umgebung zum Verstecken und Angreifen der Opfer aus dem Hinterhalt. Und greift oft von der Seite oder von hinten an. Mit Vorsicht nähern und umgehend überprüfen. Infektion 3. Das müssen die Klicker sein. Völlig blind, aber scharfes Gehör. Spürt Beute mit Hilfe von Echo-Ortung auf. Auf Abstand halten. Auf Abstand bleiben. Stufe 3 Infizierte sind für ihre heftigen Angriffe bekannt und sind extrem tödlich. Haben wir schon gemerkt, dass wir keine Chance gegen Klicker haben. Sobald die uns haben, haben die uns. Äh, 4. Seltene, aber gefährlich. Weiterentwicklung der Infizierten. Der Stufe 3. Unglaublich stark. Können säurehaltige Geschosse schleudern. Nicht angreifen, wenn nicht absolut unumgänglich. Die sehen aus, die Klicker sind aber, glaube ich, etwas größer und kräftiger. Das sieht doch ganz gut aus. Hopp, hopp. Okay. Mach dich nützlich. Das geht doch gut. Das ist lieb. Mach ich, Mäuschen. Mach ich. Wir sind ein eingespieltes, intimes Team. Na, vorsichtig, ganz vorsichtig. Ey, Sani, ich muss da rüberspringen. Mach keinen Scheiß. Das ging besser als gedacht. Ähm. Hatte ich erledigt mit dem Balancieren. Das ging... Das ging einfach so. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ich schlatsche hier einfach, aber müsste. Oha. Oha. Ja? Hab mir nur die rechte Titte abgeschlagen, aber sonst ist alles gut. Danke, Mäuschen. Das ist die Frage. Wenn die hier sind, wo sind die Wachen? Das frage ich mir auch gerade. Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal da das Tor aufkriegen, damit wir die hier Diener reinlassen können. Ähm. Ah. Macht die von selbst. Super. Ja, das nenne ich mal Leitungsverlegung hier. Wirklich. Hätten wir mal ein paar Kabelstellen und ein paar Rohre dran machen können. Oh. Oh. Das gibt Druck auf die Schenkel. Oh, was haben wir denn hier? Hatte ich keinen Stein mehr? So, jetzt haben wir ihn wieder. Wie gut das aussieht. Und wie verlassen Zertil ist. Aber dass sie gar keiner ist. Mit viel Pech hab ich die gleich an an der Backe. Keine Spannung. Ich denke mal ein Generator irgendwo, oder? Das Rohr hier. Das Rohr muss doch... Warte mal. Stecker. Der hängt da dran. Und... Ich denke mal... In dem Rohr vielleicht. Macht aber kein... Sieht aber nicht danach aus. Dass im Rohr noch eine Leitung liegt. Ja, Mist. Oh, bitte lass das dann sein. Ein Brief? Okay. Wann das wohl geschrieben wurde? Haupttor 0512-00-138... Könnten das Code sein? Die... Warte mal. Normalerweise schreibe ich mir so auf, aber weißt du was? Wozu gibt es heutzutage Handys? Klack. Und einmal wenden. Ein großer Einschuss steht mir vor. Und Isaac will, dass wir alle rechtliche... Die Serevena-Basis. Na sowas. Kästliche Vorräter aus dem Stadtzentrum Bergen. Holt das gesamte Benzin aus dem Gerichtsparkhaus. Der Kuppel. Und bringt es zum Versteck in die Serevena-Basis. Serevena-Basis. Das sieht aus wie eine Art Dienstpläne. Patrouillen. Wer Patrouillen macht... Rations... Und gesicherte Zonen. Okay. Wieder leer. Das ist mein Generator. Ach, das war der Stecker. Warte. Ah, Mist. Jetzt. Und nochmal. Ich hab's nicht drauf. Kann doch nicht sein. Jetzt aber. Also, es ist die Verlängerung. Das ist dann die Buchse. Und daraus wird verteilt. Reihendichs Empfehler auf 2,32er CE. Ganz einfach. Okay. Nummer 1. Ja. Ja. Wo ist hier drüben? Die müssen doch dahinter sein, oder? Dina. So. Dann schauen wir uns mal das Tor an. Da oben scheint die Steuerung für die ganze Geschichte zu sein, oder? Hier von da aus wird da verteilt. Ja, das scheint nicht die Motorsteuerung für die Motorsteuerung für die Tor zu sein. Da machen wir eben nicht raus. Warte mal hier. Lumpen. Das sieht nach der Steuerung aus. Die keine Spannung hat. Hat er irgendwo einen Generator? Da zieht doch noch was aus. Der ist nicht verbunden. Der ist zwar schon mit hier oben, aber... Ah, warte mal. Also hierfür brauchen wir einen Stecker. Kein Saft. Jetzt ja nicht, wir brauchen eine Verlängerung. Verschlossen. Aber kommen wir auch wieder von der anderen Seite dran, ne? Da hinten ist noch was. Aber das sieht schnell bewachsen aus. Ja, ist das auch. Ne, kommen wir nicht durch. Kommen wir denn oben drauf? Aber ich glaube, das sieht auch nicht... Also wenn wir von dort aus weiterkommen würden... Ich denke mal, da kommen wir jetzt weiter, wenn wir Dina mitgenommen haben. Ja, ohne Spannung können wir nicht viel machen. Oder müssen wir mal kurz mit dir reden? Das ist halt was dauern kann. Es gibt einen Schalter, um das Tor zu öffnen. Aber kein Strom. Wie hast du das andere Tor aufbekommen? Es gab einen Generator. Ähm, bringt das was für den anderen Schalter? Weiß nicht. Ich probier's. Darauf hätte ich jetzt auch selber kommen können. Aber das ist doch nicht lang genug. Warte mal. Ähm, wir können doch werfen, ne? So. Ah, könnte gerade so passen. Wir haben jetzt ein bisschen Spannung drauf, aber... Ah, es geht. Ja, siehste. Ich stecke auf das Zug entlasten, da passiert so schnell nix. Okay. Jetzt aber. Was? Ach, äh, ja. Ja, 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 ja. Der Mann nur hat sich da was, ähm, fotografiert. Extra. Weil er der Meinung war, es könnte sinnvoll sein. Haupttor. 05... 5... 5... 1... 2... Wo? Gut gemacht. Shit. Hey, komm mal los. Wo? Verschwinden wir hier. Was hat sie mich laut? Komme, komme. Achso, ich dachte, sie reitet. Was jetzt? Da war so ein Zettel. Da stehen Codes drauf. Richtig. Steht, dass es an einem Ort namens Seravena Basis ein WLF-Versteck gibt. Seravena. Suchen wir sie? Und finden hoffentlich den ersten WLF. Bring ihn zum Reden. Und sehen dann weiter. Dann los. Ich kann es nur betonen, das sieht einfach krass aus. Auf einmal, die Mutter Natur hat sich alles von Stück zu Stück zurückgeholt. Klar, bleibt ja nicht aus. Da ist noch ein Generator. Serena Hotel, da ist es. Seravena Hotel. Das muss es sein. Okay. Suchen wir einen Weg vorbei am, äh, Fuck-Federator. Sehr kreativ. Er fasst genau den Kern. Wir sehen uns das mal aus der Nähe an. In Boston hätten sie dir für so ein Graffiti die Scheiße aus dem Leib geprügelt. Oder schlimmer. Codesets sind echt verlockend. Tor aus zwei. Da haben wir auch einen Code für. Ah, diese Leitung sieht aber nicht mehr so gut aus. Aber sie könnte funktionieren. Ich denke mal, wenn der Generator an ist. Aber vorher schauen wir uns mal hier um. Können wir hier rein? Nein. Irgendwann komme ich nur mit dem Gaul rüber. Da ist da was drin. Was ist das? Seattle QZ Volkszählung. Juni. Aufgenommen. 20. Abgelehnt. 5. Ausgewiesenen. Achso, okay. Sagan War. Die fortgesetzte Unterbrechung unserer Versorgungslinien durch den WLF zusätzlich zu den Angriff der Infizierten und den Sporenversorgungen hat zur Folge, dass wir nach wie vor unsere wöchentliche Nahrungsverteilungsquote nicht erreichen können. Halten Sie die Stadttore bis auf weiteres für Neubewerber geschlossen. Um die angespannte Versorgungsanlage zu entlasten, fahnden Sie verstärkt nach Kriminellen und weisen Sie diese aus. Alle Klasse 2 Verbrecher können ab jetzt aus der QZ verwiesen werden. Unsere Zeit wird knapp. Taurus. Lieutenant Taurus. Warte mal. Da will ich mal rüber. Bevor ich jetzt den Generator anmache und den Code eingebe. Oder auch nicht. Ich kann nicht drauf. Heißt, ich kann doch dann nicht rüber, ne? Nö. Einsatz mit X. Na gut. Ich sehe auch soweit jetzt erstmal nichts mehr. Aber wir können da hinten nochmal gucken gehen gleich. Aber erstmal machen wir den Generator an. Okay. Dann mal los. Jetzt haben wir langsam Übungen in der Geschichte. Na, Sprit ist alle. Kein Beziehen mehr. Gott verdammt. Was machen wir jetzt? Oh Mist. Zettel. Was? Auf dem Zettel stand, dass es im Gerichtsparkhaus und bei einer Kuppel beziehen geht. Stimmt. Oh, Nase. Das sieht aus wie ein Gerichtsgebäude mit einer Kuppel. Also, wo sind wir? Boah. Ach, jetzt haben wir eine Karte. Halte, Touchpad, zurückdrückt. Ziemlich sicher. Etwa hier. Ah, cool. Oh, wie geil war das denn? Fuck, Filtergate. WLF. Das wird jetzt angezeigt, wo wir sind. Das ist ja cool. Ich hab's schon echt gedacht, ich muss schauen, ah, da bin ich, da muss ich jetzt da rechts, da links. Aber das hilft ein bisschen, das ist schon mal schön. Was zur Hölle ist hier passiert? Ja, ich schätze, das Militär hat hier alles weggebombt. Warum sollten sie? Ja, manchmal hat das Militär Stadteile... Infizierte, die Oberhand hatten. Oder Rebellen. Ist das nicht übertrieben? Naja, es hat meist funktioniert. Gegen Infizierte oder Rebellen? Beides. Scheiße. Glaub mir. Du hast das Glück, nicht in der QZ aufzuwachsen. Das Gefühl hab ich allmählich auch. Rationsausgabezentrum. Im Boston standen wir ewig an. Und es war scheiße. Ich würd irre werden. Nö, ist ne Kür... Manche wurden es. Was wäre wohl, wenn ich noch da wäre? Hey, Musikladen Valiant. Was? Wollen wir Vorhälter suchen? Ah, hier. Wirkend. Cherry Street, James Street. Das war jetzt nicht das Gerichtsgebäude. Hat es da eine Kuppel, aber... Ah, ich würde denken, wir können da rein. Boah. Platten hören. Dem Zeug hier könnte man eine Band gründen. Du kannst doch gar nicht spielen. Ich mein, das kann schließlich nicht so schwer sein. Ne Karte. Ne Karte. Wir haben unsere Gitarre gar nicht bei. Was haben wir denn hier? Super, Bright. Vollgerostete Klinken... Klinkenleitung? Yo. Yo. Noch mehr Klinkenleitung? Ah, ich bin kein Musikinstrumentkenner, aber ich weiß, dass das mal oben an der Gitarre anklemmt, um einen anderen Ton zu kriegen. Meine ich zumindest. Umschnaller für die, ähm... Für die Gitarre? Das... Was ist das? Sind das Seiten, oder? Was ist das? Hör dir das an. Was? Oh, jetzt sind sie ein zu Jam. Ich glaube, Takt. Ich will eher leise sein. Oh, wow. Das war... ...ein interessanter Sound. Also bitte. Ich bin ein Natur-Tarret. Ne. Gib's zu. Dann lass mich mal. Kann ich auch? Ich liebe dich. Wie auch immer. Wir gründen eine Band. Echt? Ich... Ich will auch Jam. Ich will auch mal draufhauen. Kann ich drauf werfen? Kommt da ein Ton? Hm. Steht wohl schon länger da. Schon festgerostet, wa? Oder hast du es kaputt gemacht? Dina, sei ehrlich. Komm. Hast du fest draufgehauen. Pearl Jam. Diamonds. Sagt mir alles jetzt soweit nix. Oho. Jetzt fangen wir doch an Touchpad Start zu bereithalten. Wir fangen an zu jammen. Oh Gott. Oops. Ups. Was war das? Gar nichts. Na, gar nichts klingt ganz gut. Weißt du noch die Nacht am Lagerfeuer? Ja. Weißt du noch die Nacht am Lagerfeuer? Ja. 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 Lesen. Ein weiterer Tag im Paradies. Ziemlich gut. Da ist die Kirschmauer von... Ich würde mal sagen, dass es die Kirsch war. Ach so. Ich schreibe das auf. Da liegt da was. Was ist das? So einen habe ich lange nicht gesehen. Was ist das? Ein Entfernungsmessgerät? Da oben der Laser? Oder was ist das? Oder Wärmebildkamera? Drücken Sie die Spitze des Gerätes... ...auf entbläste Haut. Drücken Sie fest auf das Gerät, bis es klickt. Hätten Sie das Gerät drei Sekunden lang auf die Hautstelle gedrückt. Beachten Sie... Ah, damit haben Sie die... ...den Messwert der Haut gemessen. Damit haben Sie die Haut gemessen. Okay. Temperatur? Fieber? In der Infektion, denke ich mal. Hier haben wir ganz viel Material, was wir einsammeln können. Mehr ist hier wohl nicht zu holen. Doch. Da ist eine Werkbank. Wir können doch noch ein paar... Mal gucken, was wir aufrüsten können. Wie viel wir jetzt gesammelt haben. Ne, ich möchte gerne die hier haben. Aber ich... Na, ich habe nicht genug. Jabilität. Und ich hätte gerne ein Zielfernrohr. Kapazität. Haben wir schon gemacht. Jabilität. Ne, den Rest lassen wir mal so. Wir sammeln erstmal. Warum ist der Gaul eigentlich da? Das ist doch nicht der... ...Ausgang, wo wir waren. Wir waren doch unten am Eingang. Ja, in die Schreibchen... Warte mal, da ist was drin. Was wollen wir natürlich auch haben. Wir haben ein paar Platten hier. Mhm. 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 Ach so. Also... Nur weil sie was von mir wollte, hat sie so getan, als... ...ob mir das gefiel. So, aber nix. Klebeband. Und noch ein paar Schreibchen. Ist ja gut gegangen. Ist ja nur irgendwie... ...halten halt aus. Ich würde sagen, das war's. Ja, toll. Jetzt ist der Gaul eben die Ecke, ne? Ach komm, wir laufen das Stück. Irgendwann wird er wieder auftauchen. Oder er taucht jetzt schon auf. Pass auf, lange Rede, kurzer Sinn. Mir gefällt das, wie es gemacht ist mit der Musik, mit dem Gesang, wie die Geschichte bis jetzt. Und alleine die Grafik, keine Frage. Ich finde, was die aus der Playstation 4, sogar in meinem Fall aus der normalen, noch rausholen, ist schon geil. Wenn ihr es auch so sieht, würde es mich freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreiben würdet. Wenn ihr mehr davon sehen wollt und nichts mehr verpassen wollt, würde es mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalassen würdet. Und dementsprechend müsstet ihr auch die Glocke aktivieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, beziehungsweise benachrichtet wollt, wenn ihr weiter ein neues Video online gestellt wird. Ansonsten, jedes Däumchen wäre ein Däumchen und ich verbleibe mit einem Danke fürs Einschalten, Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschau'sen!